Jonas Reckermann, die European Championship Tour, das Finale, findet dieses Jahr vor der O2 World statt. Was erwarten Sie vor dem Turnier hier vor einer großen Arena? Ja, also ich hoffe, dass das ein Anziehungspunkt wird. Das Berliner Publikum ist ja traditionell Beachvolleyball fanatisch, egal wo. In schon verschiedenen Veranstaltungsorten war ja schon das Turnier. Das Stand war eigentlich immer voll, egal bei welchem Wetter, und das wird auch hier so sein. Und ich hoffe, dass es eine grandiose Kulisse wird vor der O2 World. Entschuldigung, habe ich versprochen. Ja, ich hoffe, dass wir eine grandiose Kulisse, ein grandioses Event. Ich glaube, alles ist angerichtet für eine sehr schöne Veranstaltung. Und ich hoffe, dass auch wir unseren Teil dazu beitragen können. Weil ich glaube, wie wir gute Leistungen abliefern, insgesamt das deutsche Team, dass wir natürlich auch die Zuschauer animieren und logischerweise zu einem erfolgreichen Event beitragen. Wie bereiten Sie sich auf das Turnier vor? Ja gut, unser Turnierplan ist klar. Wir haben auch vorher noch ein paar andere Turniere. Nichtsdestotrotz ist die EM der Saisonhöhepunkt für uns in diesem Jahr. Dort wollen wir topfit sein und unser Trainer wird so auch so ein bisschen die Belastung und den Turnierplan ausrichten. Aber wir haben vorher noch eine ganze Reihe anderer Turniere und ich hoffe, dass wir uns dort dann langsam für die EM einspielen können. Sie treten ja als Weltmeister an. Ist der Titelgewinn, die Europameisterschaft Ihr klares Ziel? Ja, ich glaube, das muss das Ziel sein. Ich glaube, den Anspruch haben wir. Natürlich bin ich im Endeffekt auch okay zufrieden, sage ich mal, wenn wir richtig gut spielen und dann letztendlich nur in Anführungsstrichen Zweiter oder Dritter werden. Das kann dann auch ein gutes Turnier gewesen sein, aber ich glaube, im Vorfeld soll das Ziel schon der Titel sein. Alles andere wird uns wahrscheinlich eh keiner abnehmen. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg und wir freuen uns auf das Turnier. Danke schön.